Es gibt all der vieles, was den Zusammenmützungen im Kant entdecken kann. Es gibt Momente, wo ich Kant für sich selbst etwas entdeckt und eigene Erfahrungen sammelt. Es gibt immer auch die Momente, wo ich sich als älteren Teil abbringen muss, für Schlimmes zu verhindern. Und auch digital gibt es vieles zu entdecken. Der neue Freiraum bietet natürlich viel flott Platz, aber bringt aber auch neue Gefahrenmützungen. Zusammen kriegt ihr Gefühle für anerkennende so freizeitische Risiken. Auf ihren allem aber, vor allem die Momente, wo wir alle gute ganz jung können sind. Bleibt open und entdeckt auch dir die digitalen Welt zusammen mit ihren Kanälen. Sorge dir zu ihrem Aussprachpartner für positive und negative Erfahrungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017